Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Secrets. Wie gestern schon eben dem Video gesagt, kommt heute die nächste Folge von Secrets. Ich nehme das alles gleich hintereinander auf. Auch hier wieder nochmal, wie ihr sicher schon mitbekommen habt gestern. Vielen Dank nochmal an meinen GTA 5 Craft, der mir ja die Secrets bis jetzt, die zwei halt noch gezeigt hat. Also die ersten zwei habe ich selbst gefunden, die zwei jetzt halt. So, also, ich gehe schon gleich hier einfach so los und zeige euch einfach das Secret ohne irgendwie... Also, ihr müsst ins Rathaus reingehen. Hier lang gehen an den Säulen vorbei. Hier hinten zu den Dingern hier. Hinter diese verrottete Blume. Hier runter. So, hier einmal lang, einmal lang. Zack, 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 zack. So, und dann kommt ihr hier, boah, momentan ist aber auch allgemein auf Backlabs, Backlabs, alles ziemlich dunkel. Dann kommt man halt hier so in eine Kammer. Hier kann man sich viel umgucken, aber wir wollen jetzt sofort zum Secret. Hier geht noch eine Treppe hoch und ja, trotzdem, hier lang, die Treppe runter wählen. Hier, geradeaus. Und da haben wir dann halt die Druckplatte für das Freischalten des Secrets. Hier sind ein paar Spinnenweben, hier ist nochmal so eine kleine Kamera, äh, Kamera, genau, Kamera. Sehr schön. Hier haben wir Sportlerin, Frau Maxen. Ja, dann war's das schon wieder von einer weiteren Folge Secret. Es geht so übelst schnell rum. Boah, ist das so dunkel. Ich hoffe, dass ihr überhaupt was auf der Aufnahme sehen könnt. Ich kann das ja fast gar nicht sehen. Boah, ganz schön dunkel. Dünkel, dunkel, ne. Okay, dunkel auf jeden Fall. Ähm, hier könnt ihr euch ein bisschen austoben. Ist ganz hübsch. Ich weiß nicht, irgendwie... Es ist halt so dunkel. Hier könnte man ja auch mal Licht reinmachen. Also mal ganz ehrlich, ich sehe schon kaum noch was. Ich sehe wirklich... Hier ist alles so dunkel und man sieht kaum was. Hier Herr Bergmann. Saphirian. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch hier austoben. Ich muss mal irgendwo hin, wo wieder Licht ist. So, hier ist Licht. Irgendwo. Hier unten. Ja, egal. So. Also, ich hoffe, euch hat auch die heutige Folge von Secrets wiedergefallen. Ich brauche irgendwie keine lange Abmoderation wiederzumachen. Wie eben. Wie eben. Wie gestern für euch. Oh Gott, ich bin vorbei. Trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch gefällt die Reihe. Das war auch 30 Minuten. Habe ich auch schon gefunden. Euch noch einen schönen Tag. Und... Ciao.